hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ihr seht ihr schon ich habe hier ein bisschen weiter gebaut der ritterburg hier und noch mal ein anderes spiel noch mal ausprobiert hast du das hier schon mal ja das habe ich schon mal gespielt gut dann will ich euch ja erstmal was zeigen hier ist meine Ritterburg und sogar hier kann man innen aufmachen zeige ich euch mal ja ist doch toll so da gehe ich erstmal jetzt mal nach draußen jetzt kann ich erstmal die Skelette spawnen so folgt mir mal kommt ja da stehen die alle brav ich kann euch mal richtig lustiges zeigen so jetzt können wir jetzt alle spawnen die gehen jetzt alle da richtig ab und jetzt verbrenne ich die alle mal ähm genau in der Reiffolge super na dann sind wir wieder zusammen äh kommt mal her guck mal alle hier her kommt 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 hier mal her na wollt ihr eine bombe hui jetzt sterben die alle tschüss so jetzt habe ich mal richtig krass gemacht und diese coolen dinger habe ich euch ja schon mal gezeigt kennt ihr noch hier die seiten wo ich euch die hier gezeigt habe ja hier mit denen da ich hab doch euch mal hier irgendwas mal gezeigt das wisst ihr glaube ich noch irgendwann irgendwann das noch und wir probieren erstmal diese stäbe hier aus tolle stäbe naja der ist also der hier ist am schwächsten der macht nur 5 oder 6 5 oder 6 schaden weg wir probieren es mal aus 8 also es müsste echt äh es waren eigentlich nur 5 oder 6 das schade ist der stadt eigentlich naja und wir gucken mal hier in der truhe nichts da können wir ja mal was reintun naja äh mal gucken wo hier was ist was wir da rein tun könnten hier nein da könnten wir doch ja genau hier die rüstungsteile rein tun diamant äh die da dann brauchen wir das hier das können wir alles dass es gut aussieht müssen wir hier dann so das können wir alles so äh als das mal ähm das äh sieht er dann auch immer bei den wachen so aus das sieht er dann auch immer so unordentlich aus mach dir x-teile dass man da beim kopf alle so klicken klick das immer langsam machen die immer das sind die mit raumschuhe und so sage ich glaube ich jetzt können wir erstmal zeig euch erstmal was hier die ruckelaxt kann man richtig schön richtigen sturm machen und den hier ist auch ein stab der kann richtig viel sturm machen macht aber nur ein herz hier ist ein toller teppich und ich habe sogar geschafft dass die sich beide öffnen einfach ja und der zugbrücke hierhin getan und jetzt können wir mal ähm weiter bauen dann können wir mal äh jetzt mal die burg ähm können wir jetzt mal weiter bauen weil ähm die brauchen ja noch richtig viele große türme und so äh wo könnte ich die eigentlich hin tun ja eigentlich schon fertig aber ähm wir können ja jetzt mal äh solche kleinen kleinen türme hierhin tun zack 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 so zack zack so dass das ein bisschen mehr aussieht nach naja bisschen äh wie eine burg aussieht weil sonst ist ja keine burg wenn es Sinn hat so äh dann könnten wir jetzt mal auf reisen gehen diese diese burg werde ich auch nie vergessen oh ich glaub da war so ja der kam nach hinten dann kam der da dann der und dann der ja naja hm ist das da nicht nee nee das ist das nicht das war eigentlich nee oder nee das ist das nicht nee nee dann gehen wir jetzt mal aufreisen sogar Musik an haha toll hm was ist denn hier am Ofen mitten im Land gezpawnt fünf Kohle naja naja will doch mal ah du Schwein ich ja das war schon mal einfach mal auf den Arsch gehauen ja ja gebraten hm toll sogar richtig gute hier ähm ähm der hat nur drei okay achso ja bei einem war das ja so muss die ja drei mal haben boah diese Rüstung ist schwer naja könnte man auch mal aussehen aber die müssen wir jetzt nicht aussehen oh so Tonstelle und so hm gut wir gehen mal richtig hoch auf den Berg oh da ist er äh hä hallo Schwein hast du Glückgerunst ich sag ich mal tschüss hm Alter ich mach da mal so richtige Tötungsgeräusche boah ich würd glaub ich mal Blitz machen hm toll hm gut boah so warte so okay jetzt können wir auch weiter ähm okay ich dachte schon jetzt nicht weiter oh das war schon mal gut zack dass da ein bisschen Schnee weg wird zack super und jetzt können wir auch weiter und jetzt können wir auch weiter zack wääh ist denn schlimmer getötter hier hm ist das hier ein bettetor oh auch ne Cola oh toll oh toll jetzt ist mit Wasser gefüllt alter sick genau hier gut ne ne das will ich jetzt nicht ins Gesicht bekommen sonst kriegt man da langsam gerade das richtig doof und übrigens mhm ihr könnt ihr auch mal ähm wissen wie alt ich bin ich bin sieben jetzt erstaunt er schon ja ich bin schon sieben komm wir fliegen weiter hm so okay ma das sieht gut aus oh soll ich hier Eishapfen hier runter hängen hallo Schaf hallo Kuh boah hier sind alle gut ma Schweine, Kühe, Schafe toll oh sie ist Musik hm so ein Viereck hm so ein Viereck hm so ein Viereck hm so ein Viereck hm hm naja ich geh mal durch den Wald hm hm das ist schön dann äh die ähm sind so äh die sind hier ein bisschen äh gehen geht die Ecke nicht äh äh ein die ähm ist schief wie so ne Skateboardbahn ist die hier so schief geht die runter ähm hier so ne na gut ähm oh Aluminium hm naja man kann hier nicht sprinten weil man einfach hoch geht ähm warte bin ich jetzt ne so ich bin so ach so ok so oh wo sind Busch so naja oh hier ist eine schöne Wiese Schmetterling und so hm oh hier ist ein Skelett what hä ach so das war diese Grube Lava ich geh ins Lava mach ein Feuer mal dass ich ein bisschen noch schwimmen bleibt und toll jetzt können wir ja mal hier ein Schneebiom was werfen vielleicht diese Flasche mhm oh ah diese Flaschen die sind doch immer ist am besten wow so fliegen die auch auf ein gut ähm oh nein oh nein und zack starb mal gucken was wir eigentlich noch hier so haben hm toll wusst du das ist Stäbe ich muss nur kurz mal gucken wie eigentlich alter ich geh zurück ey Schillischhunden die mag ich aber nicht gerne die sind scharf so sag bitte jetzt nicht nein boah wie das blut aus gesehen hätte wenn man die sich dann aufsetzen könnte Naja, oh, was ist denn das da? Achso, ja, die da. Okay, hallo. Ja, es klappt noch alles gut, ja. Das ist schön. Hm, was ist denn da? Ein Haus. Okay, mit Rolle. Ja, ist Rolle. Ach, hier, guck mal, das haben wir doch irgendwann mal gesehen hier. Mhm. Wo hier die in Betten lagen und hier war doch bei zwei Schwerterhauern haben wir das doch, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, ja, das sind normale Chocolatröstern. Ah, ja, okay. Das war ein Terrasse, cool. Okay. Naja, so. Alter, ein Pinguin. Ja, ein Pinguin, ja. Alter. Der Geräusch. Alter, ist noch. Spawned hier einfach mal so. Schnee. Toll. Äh. Oh, ist ein Wasserblock, hier. Toll. Wo wollen wir denn gerne mal hin? Hm. Können wir mal... Hier, ich zeig euch mal was. Ich glaube, das findet ihr alle. Gut. So. Wir müssen mal alle hochgucken. Hallo, über euch. Na, mal da... Nee, der... Der da. Zehnmal. Wirft sogar in die Luft. Oh. Super. Oh. Kommt alle her. Oh. Super. Oh. 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 Gut. So. Das könnten wir auch mal... Alle hier mal umbringen. Und was ich euch jetzt mal zeigen will, ähm, ist, ähm, wir können mal in Battle Tower gehen. Wow. Alter, was ist das? Der generiert da die Struktur. Ach so, okay. Das hatte ich schon mal gesehen. Mhm. Ach, hier ist Ende. Okay. Da ist jeder Anfang. Hm. Oh nein. Chips und Cola. Gummibärchen. Gummibärchen. Mhm. Die Gummibärchen sind da. Ja, und Superman schon chillt. Aha. Das mag ich. Ähm, dann könnten wir eigentlich... Nee, da braucht man auch nichts mehr. Also von... Für... Oh, ein Schlüssel. Warte. Ist das eine Kaffeemaschine, oder? Für die Safter. Ach so. Nutella. Oh. Wieder. Oh, wir können auch hier durch die da. So. So. Boah, hier ist er voll. Ähm, das ist nur in einer Kiste. Ist immer so. Ach so. Toll. Jetzt... Geben wir mal. Nächste. Hm. Nein. McDonalds. McDonalds-Tüter, Alter. So. Oh. Oh. Äh, wird ein bisschen besser. An der Toilette. Toaster. Ja. Kettenhelm. Kennenbuch. So, okay. Oh. Ja, das hatte ich so geliebt. Den brauche ich aber auch. So. Da, ähm. Mach ich kurz das hier raus. Und das können wir... Dann können wir eigentlich nur mal in diese Truhe hier packen. Wo der andere Staub war. Ich jetzt mal raus. Den tue ich mal. Gut. Wenn ich jetzt hier gehe. Was der Streit noch immer. So. Oh. Sogar noch ein Halsstab. Oh, hier sind fast alle Stäbe drin. Hm. Hier sieht man gar nichts mehr. Jetzt sieht man was. Okay. Und was am besten von der ist. Die kann nichts kaputt machen. Ist toll. Dann würde man mal Haut. Dann guck mal. Dann macht daneben viel. Dann könnte man dann... Und nicht daneben hauen. Das ist auch gut. Na, ich tüte dich mal. Immer anschauen. Eigentlich... Diese Stäbe sind eigentlich... Also dieser Stab und dieses Ding da. Sind nicht so gut eigentlich. Oh, was sind hier? Schön. Durchgang. Höhle. Ähm. Was ist hier? Dann wollen wir jetzt mal... Vielleicht in diesen Uhr weitergehen. Oder was ist das? Ähm. Heißt nicht, dass ich jetzt im Kreis geflogen bin. Ähm. Ich bin im Kreis geflogen. Wo war ich auch mal hergekommen? Nuska. Ich bin im Kreis geflogen. Ja, das war's. Ich bin im Skelett. Okay. Das war's auch mal... Schon gewesen für diese Folge. Ganz kurz, oder? Dann würde ich mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. 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 Tschüss.